It's your boy, Skinny-Pee! Über die letzten paar Wochen haben mich immer wieder Kommentare erreicht, in denen gefragt wurde, ob ich nicht mal diese Top-10-Videos, die ich mal gemacht habe, vor zwei Jahren habe ich glaube ich damit angefangen, oder zweieinhalb, ob ich die nicht mal aktualisieren könnte, denn jetzt gäbe es ja wieder ganz viele neue Skins und meine Top-10-Videos wären möglicherweise hinfällig. Daher werde ich die ganze Geschichte einfach mal Hardcore-mäßig updaten. Wir fangen wieder bei den CZs an und gehen einmal komplett durch Bist du den Knives. Heute ist CZ-Tag. Und übrigens auch Livestream-Tag, ne? 18 Uhr, kommt dazu. Fewer Games, Giveaways und so weiter. Schändel-Livestream ab 18 Uhr heute. Auf meinem zehnten Platz liegt die CZ-75 Auto Emerald. Weiß nicht, ob man sie gehört hat, aber die Katze will rein. Ich habe sie vorhin rausgeschickt, weil sie frisch vom Klo kam. Und da, äh, ja, sollte sie sich halt erstmal putzen, bevor sie zu mir kommt hier. Also irgendwie will ich hier gerade dir, ne, wenn ich da sitze. Warte mal, ich gehe mal da hin. Sonst könnt ihr ja die Beschreibung gar nicht lesen. Und dieses Mal nenne ich nicht einfach irgendwelche Listenpreise zu den Skins, weil ihr früher auch immer diese Preise wissen wolltet, sondern kann euch einfach direkt Angebote zeigen, wie sie gerade bei Skinbaron drinstehen. Um halt, wenn man Lust hat, direkt zuzuschlagen, äh, oder sich eben einfach nur ein Bild zu machen von der Preisgeschichte. Ich werde einfach immer Schnäppchen aktiviert haben hier, ne? Ich könnte auch auf günstigste stellen. Ich meine, hier ist das jetzt eh wurscht, weil es nur fünf Sachen gibt. Schnäppchen ist dann einfach zuallererst eingestellt. Auf meinem neunten Platz liegt die CZ-75 Auto Polymer. Schaut sie euch einmal im Ganzen an. Mittlerweile kann man ja auch drehen, das konnte man früher auch nicht. Da hat sich die Sache von alleine gedreht und wenn ich irgendwas, ähm, ja, zeigen wollte, dann musste ich warten, bis es sich richtig gedreht hat. Bei Skinbaron kann man die Sachen sehr leicht finden. Man kann hier einfach durchklicken, ne, also nur, dass jeder seht, was ich gemacht habe. Ich habe Pistole angeklickt und dann die CZ und kann jetzt hier halt einfach das aussuchen, was ich möchte. Also Polymer. Wie man sieht, gibt es hier jetzt ein paar mehr. Soviel nochmal zur Frage, welche Schnäppchen zuerst oder günstigste zuerst. Ihr könnt mir jetzt hier nochmal schreiben, äh, bei diesem ersten Video der Top Ten Auffrischung, wie es euch am besten gefällt, ob ich jetzt günstigste jedes Mal einstellen soll oder ob wir einfach, äh, die Schnäppchen nehmen. Ich werde diesbezüglich einfach noch eine Umfrage starten im, äh, hier im Video. Ihr wisst schon oben rechts auf dem I. Auf dem Platz Nummer 8 liegt die Tigris. Schaut sie euch einmal im Ganzen an. Sehr schönes Teil. Ich meine, gut, ich bin nicht so der Gelb-Fan, beziehungsweise Orange-Rot-Flammen-Farben-Fan. Der Norris ist ein schönes Teil. Da machst du nix. So, Tigris. Gucken wir mal mal rein. Ah, ha. Ja, soweit zu den Tigris-Schnäppchen. Hier sogar eine mit Steady-Track. Habe ich jetzt eben gar nicht drauf geachtet bei den, bei den Polymer-Skinnies. Ich denke, ich brauche auch nicht großartig jetzt hier durchzugehen. Bei Interesse kann man ja selbst einfach gucken, wie gerade die aktuellen, äh, Angebote sind, ja. Auf Platz Nummer 7 haben wir die Yellow Jacket am Stiesel. Hier sagt man ja das Gelb dann schon eher so wie dieses Orange-Rot-Gelb oder was es halt, wie man es halt nennt. Das war ja eher Orange auf der letzten, äh, Waffe. Vor allem sind die Linien hier irgendwie, äh, also für mich schicker. Preis-Stationlich liegen wir hier bei folgenden Einschätzungen. Oh, guck mal hier, da gibt's ja fast neue Stat-Track. Als nächstes also auf dem Platz Nummer 6 habe ich die Pole-Position. Edel. Wirklich höchst edel. Für Rennfahrer und so weiter. Mua. Steady, tracky, pecky. Wo ist da eigentlich die Stat-Track-Geschichte? Wir gucken mal kurz. Aha. Mit dem Sticker da drauf sogar. Ah. Ich glaub, da schlag ich zu. Auf Platz Nummer 5 liegt die Victoria. Und wisst ihr was? Ich suche mir hier direkt eine mit Steady raus, weil wir einfach gucken, wie wir das Ding, ah, die ist aber ganz schön zerroppt. Ja, vor allem sieht man ja den Skin nicht, ihr Vögel. Ah. So. Also, made in, äh, Czech Republic. An sich ja eigentlich von weiter weg ein unscheinbarer Skin, aber er hat halt so extrem viele Details. Wenn man halt reinschaut oder genau drauf schaut, sind die Details wirklich krass. Es scheint auch wirklich so erhaben zu sein, beziehungsweise Vertiefungen zu besitzen. Schön gemacht. Preis- beziehungsweise Angebottechnik, habt ihr ja schon gesehen, liegen wir hier bei, äh, hier. Ne, so. Ja, die Red Aster liegt auf dem vierten Platz. Ich glaube, die hatte ich damals auch schon drin. Die hatte ich, die hat, also einige von denen, die jetzt drin waren, äh, hatte ich früher auch schon in der Top Ten, aber halt auf einem anderen Platz, weil es zwei oder drei neue Skins gab, seitdem ich das letzte Top Ten zu diesem, äh, Wäffelchen gemacht hab. So, Skinny Baroni, zeig mal, was du so hast. Aha, aha, gut. Schlag ich zu. Zack. Sind die alle einsatz-erfrobt oder was? Ah, guck mal hier, Minimal Wear, na also. Ihr könnt natürlich auch einfach hier die Wear einstellen, ne. Wenn wir jetzt nur den grünen Shampoo haben wollen, kann man hier auch einfach, äh, sortieren, ja. Also da könnt ihr recht schnell genau den, den Grad finden, den ihr halt haben möchtet. Altersbeschränkung hab ich eben gelesen, falsch. Man kann sogar nur Sachen mit Handelsbeschränkung suchen. Wenn du auf Skinwaron dein, dein, äh, Skin raushaust, dann ist der direkt sichtbar und kaufbar, aber erst nach den acht Tagen wird er halt geführt als ohne, äh, Altersbeschränkung will ich schon wieder sagen, bin ich bescheuert. Hier unten kann man noch den ganzen anderen Kram, äh, machen. So weit, so gut. So, mit kommen wir nun zu den Top 3. Ihr könnt jetzt hier gerne nochmal kurz innehalten und sagen, so, äh, was steht wohl auf seinen Top 3? Welche drei Skins hat er da drin? Einfach mal so eine kleine vage Vermutung raushasseln. Beziehungsweise einfach, äh, eben eure Top 3 oder die Top 3, die ihr bei mir vermutet, in der richtigen Reihenfolge soll da schreiben. Wer hier schön mithasselt, kann auch wieder einen Skin gewinnen. Ich sag einfach mal jetzt passend einen, äh, CZ-Skin. Das werde ich jetzt immer so machen bei den Top-Ten-Dingern, dass man irgendwas bekommt, was ich auch gerade vorstelle. Also, ratet mit und gewinnt einen, äh, CZ. 75 Skinnerini. Top 3! Wie sie guckt, fragt, was ist das? Der passende Skin für mein Kätzchen, die Tacticat. Guck mal doch, Barberlack. Das ist doch deine Pfote. Boah, sie dreht sich sogar weg. Die ist ultra enttäuscht von mir. Ich weiß nicht warum, weil ich hier geklopft hab oder so. Die wunderbare Tacticat. Die Waffe für Mädchen und Jungen, allen Altersgruppen. Kann man nachhasseln. Guck mal, Boss. Das ist eine Bosswaffe auch, ja. Wenn du Chef von jemandem bist oder, äh, eine Katze, gönn dir. Tacticat Shazam. Komm schon. Na also. Oh, guck mal da. Oh. Oh, leg ihn in Steady sogar. Guck mal, nicht mal 50 Cent. Im Minimalware. Warte mal, guck mal, ich geh jetzt mal auf... Was kostet das Teilchen, äh, auf Steam? Aha. Alter, ein Battlesket für 30. Bist du verriegt? Well, Warren 48. Du wirst abgezogen. Du wirst einfach abgezogen. Soviel zu Platz Nummer 3. Auf meinem zweiten Plastik, die CZ75 Auto Eco. Ich denke, das haben einige schon erwartet. Grün ist halt meine Lieblingsfarbe und die Eco, äh, das hab ich auch schon ein paar Mal erwähnt, gefällt mir extrem gut. Ich weiß, dass ich für viele Leute nicht so der Knüller ist, aber ich find's super. Guck mal, guck mal da, zack, das kennst du ein, kannst du direkt auf den Kompost werfen und gut ist. Da wächst sogar ein Baum draus aus dem Teil. Schä. So, Skin Baron, enttäuscht mich nicht. Komm mal schauen. Hau mir einen raus. Set-Track. Äh, Minimalware. Zwei Cent. Hm. Ein Euro und einen Cent zu viel. Und ein Satz erbrummt. Sind auch Schnuckelchen dabei, aber guck mal, wir gehen jetzt hier mal schon auf schön, ne? Also mindestens, also mindestens orange. Komm. Aha. Jetzt fragt ihr euch halt alle, was ist auf seinem ersten Platz eigentlich? Wenn die Eco auf dem zweiten ist? Hm. Auf dem ersten Platz befindet sich folgende Schätzchen. Sorry, Katze, ich mach das nur ganz kurz, okay? Denkt an den Livestream jetzt. 18 Uhr Livestream. Natürlich, wie soll es anders sein? Die Xian Gliu. Richtig gehört. Schlangen. Drachen. Ja, eher Schlangen. Eher Schlangen. Obwohl. Naja, Schlangen. Wellen. Wasser. Lila. Braun. Aber auch, äh, Ding. Stahl. Ist natürlich ein schönes Teil, alles klar, ja. Mit CZ kann ich eh nicht großartig umgehen, aber ich denke mit der. So, Costa-Quanta-mäßig sind wir hier bei. Aha, gar nicht mal so wenig. Boah, alter Falter mit StatTrak 40 Euro, das ist schon ein Brocken, oder? Aber es muss ja auch nichts wegen StatTrak sein. Guck mal hier, so ein, äh, war für 2,76 Euro. Gucken wir uns das Ding mal an. Einen Einsatz der Probe. Wir schauen mal. Ach ja. Hängt ja auch von der Float und der Wear und alles mögliche ab. Ich kenne mich da nicht aus. Ihr seid da die Könige. Soweit zu der aktualisierten Top-Ten-List. Ja, wir haben jetzt wieder mit den CZs angefangen und gehen dann einfach erst alle Pistols durch. Dann, äh, ich glaube alle MPs, dann alle Heavis und so weiter und so fort. A-U-P-A-K-P-A-F-O. Und natürlich die Knives, vor allem die neuen Knives, die Letto und der ganze Schotter. Und bis ich da dann angekommen bin, gibt es da vielleicht auch wieder neue Sachen, die ich dann noch mit reinnehmen kann. Die erste Folge hier wird jetzt wahrscheinlich noch etwas länger sein, äh, als, als, äh, die Folgen sonst lang waren, weil ich noch viel erklärt habe für die ganz neuen Zuschauer. Es sind immerhin, äh, seit dem Start des letzten Top-Ten-Videos über zwei Jahre vergangen. Und seit dem Ende, äh, ein Jahr. Da muss man doch schon mal ganz kurz so ein bisschen erklären, wie der Hase halt zu laufen hat. Aber ich denke, das, äh, System ist auch sehr einfach. Ich begebe mich dann jetzt langsam mal in den Livestream-Modus. Wir sehen uns dann dort. Haut rein, Link ist in der Beschreibung. Überall erster Kommentar angepinnt, pink, bla, bla. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Outro